Musik Lieber Skorpion, das ist die allgemeine Vorausschau für Oktober 2020. Du beginnst den Monat mit einem Vollmond in Widar. Dieser Vollmond zeigt an, dass du mit einer Arbeit, Aufgabe oder Situation völlig überfordert bist und es wirkt sich negativ auf dein Wohlergehen aus. Es ist wichtig, dass man sich womöglich entlastet und somit das Konfliktpotenzial mit anderen Menschen minimieren kann. Am vierten geht dein Herrscherplanet Pluto direkt in Steinbock. Das heißt, eine Sache, worauf du seit langer Zeit wartest, dürfte bald erledigt sein. Allerdings soll es dir bewusst sein, mein lieber Skorpion, dass diese Sache eine tiefgreifende Veränderung deiner Grundeinstellungen erfordert. Je mehr du einen Aspekt deines Daseins aufgrund von Angst verdrängst, desto schwieriger wird es dir gelingen, deine Ziele reibungslos zu erreichen. Zwischen 7. und 9. Oktober haben wir mit Spannungsaspekten zu tun, in diesem Fall zwischen Merkur, Uranus, Mars und Pluto. Es ist an diesen Tagen besonders wichtig, dass deine Standpunkte diplomatisch geklärt werden, dass du diplomatisch bist mit anderen Menschen, vor allem in der Kommunikation. Bei einem Gespräch dürfte man eine Aussage äußern, die große Konsequenzen haben kann. Überlege, was du einem anderen anvertraust. Zwischen 10. und 12. des Monats haben wir einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Merkur. In Sachen Liebe können sich neue Situationen ergeben, die ein gewisses Risiko in sich tragen. Wenn eine wichtige Entscheidung bevorsteht oder man unentschlossen in Bezug auf etwas ist, dann sollte man seine Entscheidung am besten verschieben. Dann am 14. Oktober haben wir Merkur rückläufig in deinem Zeichen. Rechtliche und geschäftliche Angelegenheiten können bis Ende November beendet und abgeschlossen werden. Du wirst dich darüber informieren, wie du eine Veränderung selbst durchführen kannst, ohne dass du große Verluste erleiden musst. Am 13. und bis zum 16. haben wir mit einem T-Quadrat zu tun. Es handelt sich um einen T-Quadrat zwischen Sonne, Mars, Pluto und Saturn. Wichtige Ereignisse werden dich dazu bringen, mein lieber Skorpion, dein Leben wieder in Bewegung zu bringen. Behördliche und rechtliche Angelegenheiten können aufgrund von Missverständnissen wichtig werden. Dann am 16. hast du einen neuen Mond in Waage. In deiner Beziehung ist es wichtig, bestimmte Themen offen und ehrlich anzusprechen. Zwischen 17. und 24. haben wir Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn. Die Kommunikation mit einer Tochter, einem Kollegen oder Geschwisterteil kann an diesen Tagen besonders wichtig sein. Zwischen 19. und 30. haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Mars und Jupiter. Man sollte sich keine Hoffnung machen, dass ein Problem sich von alleine lösen wird. Dieser Aspekt bringt dich dazu, eine Sache mutig und entschlossen zu klären. Sportliche oder anstrengende körperliche Aktivität ist mit dieser Konstellation möglich. Und dann zum Schluss am 31. hast du Vollmond im Stier. Das heißt, im Bereich des Geldes hast du nicht die besten Einflüsse am Monatsende. Eine Trennung oder Neuigkeit ist im Bereich der Liebe zu erwarten. Mein lieber Skorpion, damit bin ich fertig mit der allgemeinen Aussage für Oktober 2020. Falls du eine individuelle Jahresprognose oder eine andere Prognose für die Zukunft brauchst, du kannst eine Beratung jederzeit bei mir buchen. Ich wünsche dir viel Glück für Oktober 2020. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. , bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020